Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge hier in Stappenbach. Wir sind wieder da, wir haben es jetzt fünf in der Früh. Ich bin gerade aufgetannten, jetzt geht es uns einfahren. Mein Gespannste ist schon bereit, der Wolf ist auch da. Servus. Servus. Der Zug greift immer so, oder? Ja, freilich. Er hilft uns mit seinem Ladewagen, er macht es recht billig für uns. Mein Gespannste ist auch schon bereit, das habe ich gestern noch zusammenkriegt. Ich habe gestern auf die Nacht noch den Heiballen hergefahren. Mit dem Ballenspieß sind 41 Stück geworden. Und jetzt habe ich gestern auf die Nacht noch einen gestapelt. Davon kriegt ihr dann noch eine Timelapse einblendet. Genauso wie vom Schwodern, also vom Heischwodern kriegt ihr auch noch eine Timelapse einblendet. An Mai waren wir auch schon aufgestellt. Ja genau, jetzt kriegt ihr jetzt noch eine Timelapse vom Schwodern und vom Ballenstapel einblendet. Und dann geht es mit einer Timelapse vom Ladewagen wir erfahren weiter. Sehr Timelapse lustig die Folge heute, aber wir müssen noch etwas weiterbringen. Genau, dann bis später. 3 . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Bye.